so herzlich willkommen hier bei minecraft so wer ich habe jetzt hier für die öfen eine idee wir haben ja beim letzten mal diesen raum komplett ausgehöhlt so ein bisschen in kleiner elf form oder wie man das nennen mag und hier die treppe ich habe halt da ein paar also eine idee was wir machen können das hole ich jetzt mal eben so hier mal hier zu stein ich nehme mal zwei mit und dann das haben wir hier ähnlich hier aber komplett nämlich dass man mit hier was schwarzer stein nehmen das hier mal mit mal gucken dass man die üben komplett wieder weg hier den ich weiß nicht ich glaube ich mache hier noch mal einen durch so und den dann einfach nach hier oder eigentlich nach hier das dahin das hätte doch mehr oder oder hier zwei ne da zwei fässer und hier zwei davon das hätte doch eigentlich mehr so zack zack und dann da haben wir eh noch nichts drinne genau das gleiche hier auch hätte das milch gerne viel breit aber es werden dann zu viele öfen wo haben wir mit denen dann haben wir hier das so jetzt auch mehr da wie viel öfen haben wir 20 wartet mal kurz wollen wir fahren wir rechts an zack wir gucken wie das aussieht rein ach so 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 dann wieder hier in den ofen dann wieder hier in den ofen noch ein hofen wir können wir nicht mehr ja der das aus da noch ein und dann haben wir 12 20 jahr passt na komm schon zack und dann noch ein ofen so das hat doch was oder mal ganz kurz was gucken ich hätte damit neulich was gesehen wo war das noch nein 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 alles das normale noch was ganz kurz wissen ja ja und dann nein ist ja noch geiler warte mal so und so so und hier dann komplett versetzt wieder ne zack zack äh wollen wir die jetzt ach so die habe ich jetzt alle aufgebraucht alle 8 ja ok also es ist dunkel ja ich gehe gleich mal raus jetzt haben wir gar keine Musik bei die vorbei ist genau jetzt fangen wir wieder an mit dem mit dem hier wird erst mal ein bisschen laut ich finde es aber cool ja schön bisschen Musik hier fällt mir ja nein so ich glaube das gefällt mir ein bisschen besser hier ja schon besser aber aber äh ne da kommen wir jetzt leider nicht ich muss äh so so hätte jetzt nur einen verbrauchen müssen zack ne schaffe ich nicht so 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 und jetzt eins weiß ich nicht zack 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 da wenn ich jetzt wenn ich jetzt wenn ich jetzt ach so hier dann sieht man aber nichts ne hier müsste glasen glas glas schein oh glas schein stein das glas schein glas schein glas schein glas hatten ja nur glas er hat mich hier da passt eigentlich nur glas blöcke lassen sie können ja gar nichts wenn man es voll roheisen das kommt hinten dann hin es sieht ja alles anders aus im normalen texturenpaket aber wir können mal wieder ein bisschen hier einschmelzen hier die stein ging es hoch stein hoch stein hoch stein hoch stein hoch stein nochmal hoch stein sand und stein hier so was wollte ich jetzt glas hatte ich da jetzt ne ne hatte ich nicht aber ich nehme auch noch mal glas scheiden mit wir müssen das aus ach so und dann ja ich überlegen eigentlich müsste ich da auch eine zweier lava oder vierer lava quelle machen so war wo mir schon mal weg dann auch schon mal weg ja auch so und wird das zuviel ich wir auch so ein paar okay dann mache ich hier näher muss ja längst laufen okay hier meine meine genau so was wollte ich jetzt hier aber quelle und da habe ich ja noch mal welche ok 4a dann nämlich die vier da mann reisen haben wir genug ich brauche aber auch vier blöcke vier sind 16 hier blöcke zwei lavakälen oben aber hier müsste ich dann eigentlich so noch mal rumbauen und dann hier runter gehen ja ich war mir hier ein in einigen wie laut ist das eigentlich ist das bei euch dürfte nicht so laut sein okay da sind wir jetzt wieder hier näher um Kessel wir haben wir hier wir haben wir jetzt genug das heißt die kann jetzt hier wirklich äh 1er live hier 2 machen da haben wir diese musik echt schon mal gehört ich dachte ich hätte die schon mal komplett angehabt aber anscheinend noch nicht da haben wir schon mal ein kessel sehr cool das nehmen wir haben wir hier noch doch da wow glatter stein wo haben wir den hier noch wo war für mich ist das gerade ein bisschen zu laut da oben da haben wir noch glatter stein zack zack und zack ja ähm ähm sagen wir mal so machen wir da den glatten stein noch hin eine hier unten hatten wir jetzt glatten stein zack 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 hatten wir hier eben was ja sehr schön okay aber hier noch in jeden Fall so passt das nicht ganz ne 17 bleiben übrig mach ich daraus halbe warte ach so äh kann ich auch hier machen wenn wir die da ah passt nicht direkt ne schöne musik echt schön ich mag die hab ich glaube ich schon mal erwähnt ne so kessel äh doch kann ich den machen na ah haben wir nicht noch kessel hier ne einen haben wir dann brauchen wir nur noch drei also das ist ne loche ah ne haben wir doch nicht genug na mal kurz so und rum äh jetzt kommt ja nicht mehr hoch na so ähm und die granit und so kann ich erst mal wegtun was inventar ist einfach zu voll so tropenbaum deorate sand und sandstein genau hatten wir hier ne ja ja so und jetzt die öfen können wir aber erst mal wegtun und dahin ach da haben wir noch sechs ok das ist mal dahin das ist mal dahin die kommen auch noch irgendwo hin ande sieht brauchen wir auch nicht ist voll genau vier hier achten wir nicht das polierte ande sieht sehr schlechter auch schon ganz schön vier ne so zack zack das brauchen wir gleich vier stück wollte ich da haben zack 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 n n zack n zack n Achso, Eisen. Oh, das ging ja flott. Das reicht auf jeden Fall. Nee, da. So, ne? Ja. Drei Stück brauchen wir davon. Da haben wir unsere vier. Einmal brauchen wir auf jeden Fall mehr. Für da. Wie mache ich den jetzt einmal? Achso. Genau. So, erstmal vier. Die befülle ich jetzt unten schon mal. Wenn ich denn kann. Da habe ich so vier Plätze. 1, 2, 3, 4, ja. So. Kann er schon mal voll werden? Nee, hier. 1, 2, 3, 4. Okay, dann gehen wir mal nach oben jetzt. Also, hey, auch schade. Naja, gut. So. Eins, das runterläuft, oder was? Wartet mal. Machen wir die... Ja, das kann doch... Enttragen. Machen wir die hier, die Namaquelle. Die wäre hier perfekt. Hier hinten wäre die perfekt. Eigentlich wäre sie hier perfekt. Von... Vom Gang her, ne? So. Aber dann ist es mir zu eng hier. Wenn hier überall so viel Platz ist... Wenn das hier... Ich bin mir überlegen... Eigentlich wäre ich hier in der Mitte komplett perfekt. Aber dann müsste ich... Äh, ich habe ne Idee. Äh, ich habe ne Idee. Was haltet ihr davon? Wenn ich sie nicht in der Reihe mache, weil es muss ja nicht in der Reihe sein. Sondern... Kann ja auch... So sein, ne? Allerdings... Äh, ich stelle die erstmal... Hier hin. Erstmal. Ähm... Dann müssen... Zwei und Zwei. Hm. Jetzt kommt ja schon Wasser drauf, obwohl da noch nicht mal irgendwas zugeist. Ja, ich höre das... Warte mal, wie dick ist das hier? Ähm... Ähm... Wenn ich das hier rein mache? Sehr viel geiler. Wie weit denn hier? Eins, zwei, drei, vier, ne? Achso. Gutsamkeit. So, warte mal. Kessel, Dings, Dings, Lava. Ähm, wie ist das? Echt ne schöne Musik. Fällt mir. So. Einer sieht Stein. So. Perfekt. Perfekt. So. Dann mach ich das doch wieder weg hier hinten. Ich weiß nicht, was ich hier hin mache. Vielleicht... Aber es passt hier einfach perfekt rein, finde ich. Ich weiß nicht, irgendwie ist das so. Drachenruhen passt einfach dazu. So. Ähm... Da hab ich da vor, aber... Haben wir nicht unten noch die... Ne, haben wir... Eine hatten wir. Hätte ich doch mal mitnehmen sollen, ne? Vorhin. Hätte ich... Ich hab's geahnt. Ich hab's echt geahnt. Intuition ist grüßen. Will mich mehr mit dem Tiefenschiefer machen. Find das nämlich... Voll cool. Hier sieht's aber dunkler aus, als in dem anderen Texturmpaket. Ich weiß gar nicht, wie das ne... Ne, meine Kraft aussieht von Honeyball. Mal gucken. Da. Sieht da gar nicht dran, ne? Bei Merlin... Mo. Aber das Original ist, soweit ich weiß, von Honeyball. Sieht ein bisschen anders aus, ne? Aber auch nicht schlecht. So. Ähm... Nicht, dass es hier alles gleich mit Lava voll wird. Zack. Woher noch fünf, ne? So. Äh... Tiefenschiefer Fliesentreppen. Ein, zwei, drei. Ja, fünf. So. Und zack. Ähm... Wie ich jetzt... Och, nö. So, genau. Jetzt muss ich nur gleich ganz schnell sein. Zack. Wenn ich da was... Oh, da. Wartet mal. Zack, zack. Hatten wir nicht auch... Ne, haben wir nicht, ne? Auch Mist. Weil sowas bräuchte ich immer... Eigentlich... Ehm... Ehm... Wart, noch mal. Zack, zack. Ehm... Noch mal, zack. So. Zack, zu und zu. Und dann kann ich zack. 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 Und zack. Wo sind die da? So, jetzt aber... Stein. Naja, es muss zu. Muss das wirklich zu? Es muss nicht zu. Ah, ich hab noch ne geilere Idee. Wartet mal. Ich mach erstmal so, jetzt so, dass... Wir müssen mehr... So haben. Okay. Ähm... Hier hab ich die, ne? Da hab ich das alles nicht geguckt, aber ich glaube nicht, dass ich die habe. Zack. So. Ja. Ist das hier so? Ja, ist... Oh, einer ist schon voll. Krass. So, eine Truhe müsste ich dann auch haben. Eine einzelne, ne? Wo ich dann... Ja, wie auch immer. Zack. Und zack. Ey, mega. Ist immer geiler hier. Finde ich. So, dann können wir das hier zumachen. Allerdings muss ich den hier nochmal abmachen, damit ich da oben halt... Achso. Äh, ne. Hier unten bleibt dran. Ja. Ähm... War es? Wir nehmen schon eine halbe Stunde auf? Krass. Ähm... Ich bin aber gar nicht bewusst. Achso, ich kann da gar nicht. Nein. Das ging ja echt flott hier in einer halben Stunde. Ja. Ähm... Ich hätte gerne alles voll hier. Ohne, dass das mit einer stehenden Lava... Bringen wir das irgendwie hin. Und sich... Hm. Hm. Ne, es ist wieder dunkel. Ich geh mal rüber. Nein, ich geh jetzt nicht rüber. Ne, keine Lava, ne? Ja. Hm. Ich hab' ne andere Idee. Dann könnte man jetzt... Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau wäre. Wenn wir hier oben... Und das wirklich zumachen... Und... Nee... Wenn wir mit den beiden Feuer... Lagerfeuern hier... ...arbeiten... ...dann wird es hier aber voll Rauch und... Ich weiß nicht... ...ne Abzugszauber oder sowas... ...n Gang... ...der Rauch... ...der geht ja nur nach oben in Minecraft. Der geht zwar durch einen Block durch... ...aber... ...wenn ich jetzt hier... ...ne Abzugszauber machen würde... ...n Gang... ...also... ...zwei Löcher... ...und hier dann so ein Gang... ...und dann nach da raus geht... ...den wird der nicht da raus gehen... ...sondern der wird nur nach oben gehen. Hm. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber okay. Haben wir jetzt schon mal so weit? Ich find das nicht schlecht. Ähm. Und mit Lama... ...das raucht ja nicht... ...aber es wäre cool aus, find ich. Da haben wir da jetzt sowas gut. Wenn ich jetzt einmal hier mal Lava hinter mache... ...das fließt dann dann da. Okay, ist ja normal. Da haben wir schon Lava dran. Sehr gut. Direkt draus nehmen. Achso, das können wir auch... ...hier dann machen. Boom. Und dann halt Glas. Und dann scheint das auch. Ist schön hell dann. Dazwischen Glas... ...hätte was. Aber ich glaub nicht, dass... ...weiß nicht. Und schon da unten Glas... ...weiß ich auch nicht. ...muss ich mir mal... ...zul nächsten Folge Gedanken machen. Aber okay. Gut. Dann... ...warte ich vielleicht zwischendurch... ...n bisschen hier, dass das voll wird. Aber hiermit sag ich erstmal... ...dange fürs Zusehen. Und ich fand die Folge jetzt echt cool. Ähm... ...bis zum nächsten Mal. Hier, euer Drachen Morin.